Hallo liebe Kemper, einen wunderschönen guten Abend aus Dinkelspül. Draußen ist schon wieder dunkel, es ist schon wieder spät am Abend, heute war wieder recht stressiger Tag, aber wir haben es wieder mal gemeistert und ich habe euch ja im letzten Video versprochen, dass ich euch den Um- und Ausbau von dem Knaus-Zeig und das möchte ich jetzt auch tun und da nehme ich jetzt euch mal direkt mit hinter in die Werkstatt und da treffen wir uns dann wieder. Bis gleich! So, hier sind wir jetzt in dem Fahrzeug Knaus, wie ich euch schon angekündigt habe und hier haben wir jetzt hier außen normalerweise den Batteriekasten und schaut mal, was wir jetzt hier gemacht haben. Hier haben wir zweimal WCS Batterien verbaut mit jeweils 150 Amperestunden und das heißt, wir mussten hier die Seitenwand öffnen und haben das ganz geschickt hier durchgefädelt. Warum haben wir das so gemacht? Weil der Kunde gesagt hat, er kann auf dieses Fach gut verzichten, die fahren nur zu zweit. Bitte jetzt nicht genau umschauen, wir müssen jetzt hier nur ein bisschen sauber machen und das fand ich dann sehr smart, weil somit konnten wir hier zweimal 150, sprich 300 Amperestunden Lithium Batterie reinbauen und das ist natürlich schon eine tolle Sache. Dann haben wir hier unseren Messstand für das Victron, für den Victron Batterie Computer. Alles schön sauber hier, in Kabelschutzwohre, alles befestigt hinten, die Batterien hier mit Winkel befestigt. Ihr wisst ja, Gott bin ich immer nicht so der Freund davon. Hier haben wir die ganzen Verteiler hingesetzt, Masseverteiler und Plusverteiler. Hier haben wir die Batterien sauber zusammengeschlossen. Hier haben wir die Sicherung für den Wechselrichter, hier haben wir die Sicherung für den Ladebooster, das zeige ich euch gleich noch dazu, weil wir haben hier auch eine Kombi verbaut. Die größte Herausforderung war natürlich der Kasten hier auf engen Raum alles umzulegen, weil die Batterien natürlich unterhalb, also sprich hier unterhalb sind und somit hat der Kunde natürlich als nur Fach mehr gewonnen. Hier haben wir auch die Hubstützenanlage noch hier gemacht, die Sicherung. Hier war vorher der Hauptschalter, den wir jetzt ja nicht mehr brauchen, weil die Batterien kann man ja separat via App abschalten. So, dann schauen wir hier mal rein. Genau, da geht das Lüfterrohr entlang, haben wir schön sauber gemacht. Das muss jetzt noch rausgesaugt werden. Hier kommt jetzt wieder der Deckel drüber, also hier kommt nochmal so ein Deckel drüber zum aufklappen. Das heißt, man kommt ohne Probleme jeweils an die Sicherungen ran und die Brücke hier, die machen wir hier mit zwei Schrauben fest und dann klappert die auch noch mal rum und ist auch nicht im Weg und somit kann der Kunde dementsprechend sauber da sitzen, ohne dass da groß was passiert. So, jetzt gehen wir mal außen rum und hier seht ihr den verbauten Ladebooster mit der verbauten Kombi. Hier haben wir die ganzen Anschlüsse dementsprechend gemacht, also das heißt, hier haben wir die 230 Volt Seite, hier haben wir die 12 Volt Seite, die ganzen Bedienelemente, dann haben wir die Lüfterseite nach vorne gemacht, damit natürlich die Lüfter sauber rausblasen können. Auch der Ladebooster hat sauber Luft und haben hier die ganzen Leitungen angeschlossen, den haben wir auch sauber programmiert, damit das alles sauber ordentlich da ausschaut. Also das ist richtig toll worden, richtig sauber verbaut. Muss ich wirklich sagen, tolle Installation, schaut echt klasse aus. Booster ist dementsprechend programmiert. Was wir jetzt natürlich gemacht haben, ist das Trennrelais noch gekappt, damit alles sauber funktioniert, weil das jetzt unser Booster übernimmt. So schaut das Ganze aus und die Bedienelemente haben wir natürlich auf diese Seite gesetzt. Das heißt, hier haben wir einmal das Bedienelement für ein Wechselrichter, sprich für die WCS Kombi und auf der Seite haben wir das Bedienelement für unseren Batteriecomputer. So kann der Kunde immer gleich alles auf einmal sehen und ist so natürlich echt sauber und geschickt. Also hier hat man einen schönen Durchblick, wie das Ganze ausschaut. Jetzt machen wir mal kurz Licht. So, dann ist hier aber ein bisschen heller. Also ihr seht schon, sauber eingepasst und natürlich riesen Eck. Die Kabel natürlich wieder einmal komplett hier durchziehen. Einmal hier rüberziehen bis nach vorne unterm Fahrersitz, wo die Kombi sitzt. Alles sauber, ordentlich und ihr seht schon auch hier, dann alles sauber beschriftet. Alle Kabelschutzleitungen rum, damit es ordentlich ist. So muss das sein. Und hier auch alles beschriftet. Ne, noch nicht, da sind wir gerade noch drüber. Die zwei Sicherungen waren noch beschriftet. Dann wird das Brett noch zugemacht und dann sind wir hier auch schon durch. Was heißt schon, war ja schon ein bisschen ein Act, das Ganze. Hier haben wir das Brett. Wenn wir das dann drauf machen, dann sehen wir da auch nichts mehr. Ich kann euch das auch mal grob kurz zeigen. Also das wird jetzt hier, woops, einmal hier eingepasst. Zack. Und schon ist das Ganze so zu und dann kommen die Kissen drüber. Da kommt noch der Deckel drauf und dann ist das Ganze fixiert. Ordentlich sauber verbaut. So wie der Kunde das verdient hat und sich wünscht. Und wir haben noch ein Staufach mehr, wo vorher die Batterien drin waren. Das zeige ich euch noch schnell. Da gehen wir noch einmal kurz aus einem Raum. Das sieht man hier. Und hier haben wir jetzt noch mal ein schönes Staufach, wo man noch etliches unterbringen kann. Sei es Schuhe oder keine Ahnung. Kabel haben wir sauber geschützt. Also ist das jetzt ein leeres Batterienfach. Weil hier wären natürlich die 150er hätten hier nie reingepasst. Und darum haben wir die einmal komplett nach innen verlegt. Eben hier rein, damit die sauber und ordentlich sitzen und der Kunde richtig Kapazität hat. Hier nochmal unser Kombi von der anderen Seite. Was auch wichtig ist, dementsprechend das hat hier die Lüfter sauber ablüften können. Weil hier kommt ja das Gitter davor. Dann kommt man hier sauber an den Rapid ran, wo man drücken kann, falls es mal nötig ist, was wir alle nicht hoffen wollen. Temperatursensoren beschriftet. Lichtmaschine und Aufbaubatterie. Hier haben wir die Boostersicherung beschriftet. Dann haben wir hier die Kabel nochmal alle extra gesichert, damit da nichts auf Entlastung hält, damit da nichts dran ziehen kann, damit da nichts passieren kann. Und ja, so ist das eigentlich ein wunderbarer und großzügiger schöner Einbau. Jo, das wollte ich euch auf alle Fälle nicht vorenthalten. Deshalb habe ich ja versprochen, dass ich das euch einmal zeige. Also, bis dann. Ja, das war der Umbau, wie versprochen, von dem Knaus-Fahrzeug. Die Geräte als solches brauche ich euch gar nicht mehr so in der Tiefe vorstellen, weil die kennt ihr ja vom WCS und von meinem Kanal. Also, die Geräte sind allzeit bekannt. Es gibt ein paar spezifische Dinge beim Ladebooster, die wir ja beachten müssen bei der Einstellung. Aber das habe ich euch ja alles schon mal mitgeteilt. Und das machen wir mal später im Video nochmal detailliert. Ich habe nämlich auch mal vor, die ganzen Geräte auch von Victron, Booster und so weiter mal einzeln zu zerlegen. Aber das erst in einem späteren, zum späteren Zeitpunkt. Na, wer bist du? Ja, in dem Sinn bedanke ich mich fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und in den Kommentaren auch gern eure Meinung dazu, wie ihr den Einbau findet oder Anregungen oder wie auch immer. Und dann sehen wir uns bald beim nächsten Video. Da freue ich mich schon drauf. Ich wünsche euch alles Gute und natürlich freuen wir uns nach wie vor über jeden Abonnenten. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr sowas nicht oder dann verpasst ihr die zukünften Videos nicht, die jetzt gerade durch Caravan Salon sehr interessant werden könnten. Weil da haben wir einiges vor. Also bis bald, bleibt gesund und wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao.